Ich bedanke mich bei Kutami, Minijads und beim Taschengelddieb für die Unterstützung meines Kanals. Und jetzt viel Spaß beim Video. Moin zusammen, hallo. Ach Mist, jetzt steht mein Kaffee da hinten. So, ja, heute bemalen wir... Moin, JB, hallo. Heute bemalen wir Orkus. Das ist tatsächlich von einem Bekannten, der mich gebeten hat, den zu bemalen. Voila. Für ein kleines Obolus. Ja, Moment, das muss ich erstmal hier... Ich habe den schon angefangen mit Airbrush. Geht das denn hier mit der Kamera? Ja, ne? Ja, ich habe den schon mit Airbrush angefangen, wie ihr seht. Schon mal die Haut. Ja, die Base und so. Wo tue ich denn jetzt die Verdünner hin? Ah, und wer ist denn da? Moin, Gaxe. Und JB, auch schon Geld ausgegeben wieder? Oder auch nicht? Ne, ne? Wo ist mein Pinsel? Ich hatte so einen richtig coolen Pinsel gestern. Wo ist denn da hin? Da. Bin dann mal wieder weg. Okay, tschö. Ah, herrlich. Der Gaxe. Frau Müller Support. Die Blitzburg-Box kann ohne Regelheft natürlich erst gemerkt, als ich die Minings zusammengebaut hatte. Ah, ne, ne? Ah. Die gibt es auch nicht online. Die Games Workshop hat doch viele Sachen auch online, meine ich, oder? Aber jetzt hast du jetzt zumindest eine limitierte Edition. Kann man auch so sehen. Was haben wir denn jetzt? Ja, wir haben ja jetzt halb einse. Ja. Ne, ja, mein Kumpel hier, der hatte meine neue Kamera gesehen. Da habe ich gesagt, ich so, ja, die ist doch ganz cool für YouTube. Ich so, aber leider kriege ich die bei Twitch nicht rein, weil mir eine Capture Card fehlt. Und dann sagt er, er hätte noch eine rumliegen. Und dann haben wir 3D-Modelle durchgeguckt, die ich so bei Loot Studio und so habe. Das hier ist auch von Loot Studio das Modell. Und er spielt halt sehr gerne D&D und so und macht das aber halt auch mit Figuren, Miniaturen und so. Und das ist übrigens der Groschner, der ist auch unten verlinkt. Der möchte das auch übrigens, macht das auch online. Vielleicht sieht er mich da auch. Ja, und dann auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, da brauchst du dies, das, jenes. Er so, ich guck mal. Und dann kam ihm halt die Idee, weil ich gesagt habe, ich so, Kollege, ich habe momentan jetzt nicht gerade Geld über. Meine Frau haut mich. Ich habe schon diesen Monat wieder viel zu viel dafür ausgewählt für das Hobby. Weil ich habe jetzt eine Hard-Eins-Lean-Bag Airbrush geholt. Und dann sagt er so, ja, dann machen wir das doch ganz einfach. Druck mir die Modelle, bemale sie mir ordentlich. Und dann passt das schon. Und das ist halt hier einmal der, wie hieß er noch, Osco, Oscar, Dings. Und dann, äh, noch ein Pfaff, nee, so ein Drache, der druckt aber noch. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Drucker hört. Also im Stream. Hoffentlich. Ähm. Jo, auf jeden Fall mache ich ihm die zwei Modelle. Und habe dafür die Capture-Fact gekriegt. Finde ich, äh, ist ein guter Dief. Ist die Musik zu laut? Nee, oder? Also mich hört ihr hoffentlich, ne? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit gegen die Musik anreden muss. Ah, okay. Das ist ja schon mal aufbauend. Hätte mich jetzt auch gewundert, ich habe eigentlich an den Einstellungen nichts geändert. Und nun ein anderes Musikprogramm. Ich hoffe, der Groschner hört nicht zu jetzt gerade, oder guckt sich das Wort nachher noch an. Und dann, falls ja, Groschner, ein kurzes Stück vorspringen. Der Zweck ist er. So, das kriege ich noch von aus. Oder jetzt noch kurz weghören. Genau, jetzt kurz weghören. Ähm. Wenn ich es nämlich schaffe, habe ich vor, beim... Ähm. Mehr den überraschend. Ich werde noch gucken, ob ich irgendein Hintergrund und eine Base machen kann, wo man die dann draufstellen kann für die Termine. Muss ich mal schauen. Moin, X-Poly-Femurs. Hallöle. Wie geht es dir? Schön, dass du es zu uns gefunden hast. Wie geht es dir? Ich glaube, so geht es besser, ne? Du steigst gerade all hin. In was denn? Also in welches Game oder generell? Ja. Highly sedated. Intoxicated. We're automated. And overpopulated. Ah, ok. Irgendwie sagen immer alle, wobei immer wenn sie nur einschalten. Ja, ist auch gut, aber generell Minis bemalen, das ist schon sehr schön. Das ist ein sehr schönes Ordini. Ich muss gerade sagen, JV, in der JV sind wir auch wieder weggekommen. Oh, krass. Warte noch. Warhammer Quest gibt es auch mittlerweile. Bei More Time bin ich mir nicht sicher. Das hatte ich eben gefragt. Aber da war irgendwie keine Antwort im Chat. Ob Warhammer Time wieder aufgelegt wurde. Oder ob es eigentlich immer da war. Ich weiß es nicht. Ich brauche mehr Farbe. Warhammer 40k? Ah, okay. Soll ich jetzt gemein sein und sagen, guck dir OnePatch Rules an? Das spielen wir nämlich. Also ich. Ja, 40k liebe ich einfach die Lore. Auch. Ich habe noch eine komplette Dark Eldar Armee. Falls dir das was sagt. Wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Da ist eigentlich das Beste, wenn du dir irgendwie einen Club suchst. Ich mach mal kurz jetzt die Rentenpause. Boop. Und da ist eigentlich das Beste, wenn du dir irgendeinen Club suchst. Oder halt Erklärbär-Videos auf YouTube. Ich würde ja sagen, komm zu uns in den Club. Aber... Das ist immer so eine Sache, ne? Wo die Leute wohnen. Oh, das ist schlecht. Aber das ist gut zum Lernen von Miniaturen bemalen. Weil du nicht weglaufen kannst. Du kannst nicht hinsetzen und behalten. Du kannst nicht hinsetzen und behalten. Wenn du fragen, wie da heißt der Club. Weißt du das zufällig? Ich hab mir auch schon nach. Ich werde auch schon nach. Das kann. Okay. Und JB, wie findest du die Figuren von Blitzball? Ich finde, das haben sie ganz cool umgesetzt, so Fantasy Football. Finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht schaffst du es ja mal, irgendwann mit der Family bei mir in der Nähe Urlaub zu machen. Dann kannst du hier gegen meine, achso, du siehst ja gar nicht, gegen meine Echsen oder so spielen. Oh, okay, der ist auf mir tatsächlich gar nichts, aber Salz A ist auch nicht bei mir in der Ecke. Ist das im Harz? Nee, schon weiter unten, ne? Ah, okay, ganz weit unten, okay. Ich bin ganz weit oben. Wir haben keine, äh... Wir haben die längsten Berge, sagen wir es mal so. Nennen sich Deiche. Aber in Österreich ist auch eine sehr, sehr große Community, was Tabletop angeht. Auch sehr aktiv. Ja, mein Club ist der Friesenhammer. Einfach Friesenhammer. Kannst auch mal raufgucken. Wobei sie mich da tatsächlich immer belächeln, weil die hauptsächlich zum Spielen da sind. Und mich immer belächeln, dass ich selbst die kleinsten Armeen und so so Pügel bemale. Aber es macht mir halt super viel Spaß, von daher... Ah, okay. Darf man fragen, welches? Brettspiele? Hm. Ah, okay. Mit diesem Editor, ne? Macht mein Schwager. Macht sowas auch. Ja, ganz viel mit Lego. 1 zu 47. Ich muss links hier lassen. Ich warne dich auch mal vor, genau wie den Rest vom Chat. Es könnte sein, dass ich gleich nochmal kurz weg muss. Aber das dauert dann nur 2-3 Minuten. Da kriegt er dann den Be-Wight-Bag schon. ENDEBITI. I'm so far here. You're going around here. Okay, bei Zügen bin ich aber raus, muss ich zugeben. Ich weiß, wie man sich reinsetzt und von A nach B kommt. Bist du mir gerade bei Insta gefolgt, danke schön. Oh, da sind noch Fräte. Bist du noch ganz frisch im Malhobby, wo ist jetzt schon wieder meine Pinzette, da. Ich empfehle ja jedem eine Nasspalette, wenn eine neue dabei ist. Eigentlich empfehle ich das jedem. Das kann man auch ganz schnell selber machen. Also ich kann dir empfehlen bei Amazon... Ich mach jetzt mal kurz ein Erklärbier. Ich meine, die sind jetzt in schwarz. Aber dieses Set hier als Pinsel von Nick Pro, ich glaub kostet 15 Euro oder so. Hast du 2, 4, 6, 8, 16 verschiedene Pinsel. Kann man nicht meckern? Ja? Dann, falls du Resinemodelle nimmst oder hast, würde ich von Patex den Kleber hier nehmen. Fürs Trockenbürsten, Graybrushen und so, kennt deine Frau garantiert von Rossmann diese Schminkpinsel-Sets. Damit kannst du trockenbürsten. Die sind super kostet, 5 Euro oder so, so ein Set. Keine Ahnung. Pinsel haben wir. Ja, wenn du Airbrush hast, ist Airbrush auch super. Musst du aber nicht. Farben nehme ich immer von Army Painter oder von Model Color. Die sind von Wallachow. Eine Nasspalette, aber die kannst du dir selber bauen. Das ist hier sowas. Das ist unten. Kannst du einfach selber bauen. Unten so einen Schwamm, so einen Küchenschwamm einfach nehmen. Und da drüber Backpapier. Nimmst du so eine alte Eisdose oder so, den Deckel. Machst den Schwamm drauf, machst das Backpapier drüber. Also den Schwamm nass und dann das Backpapier drüber. Dann werden die Farben ein bisschen flüssiger, besser zu verarbeiten. Und die trocknen nicht so schnell an. Das heißt, du hast nicht so viele Klümpchen und so drin. Ja, die Einsteiger-Sets gibt es auch, natürlich. Grundieren. Warte. Das ist auch von Army Painter meine ich. Moment. Ja. Hier, Army Painter. Musst du dir nur überlegen, ob du weiß grundierst oder schwarz. Oder so wie ich halt schwarz grundierst und weiß trocken. Trockenbürstes bzw. das ist jetzt genebelt, das Modell hier. Habe ich schwarz grundiert ganz normal und dann ganz vorsichtig so von schräg oben weiß genebelt. Dann hast du nämlich hier so ein bisschen Farbvorläufe drin. Weißt, dass die tiefer gelegenen Stellen nicht so dunkel sind. Äh, die höheren meine ich. Die höheren sind nicht so dunkel. Und damit würde ich dann tatsächlich anfangen. Und ein Glas für Wasser brauchst du. Und damit würde ich dann anfangen. Und ein Skalpell oder ähnliches, um bei den Modellen zu entgraten. Und das reicht eigentlich für den Anfang. Und eine Nasspalette ist halt auch super, um zu mischen. Farben zu mischen und so. Weil die kannst du halt länger stehen lassen. Dann musst du nicht dauernd hin und nicht dauernd wieder überlegen. Wie habe ich die nochmal gemischt, die Farbe? Also einen Tag oder so kann man die schon stehen lassen. Wenn die richtig nass ist. Sehr spannend. Und wenn ich meine Frau zitiere, fangt nicht mit Speedpants an. Weil meine Frau sagt immer Speedpants. Da muss man schon ein Gefühl haben von Farbe und so. Bevor man damit anfängt. Und das hat sie nämlich gemerkt, als sie angefangen hat Modelle zu gemahlen. Und ich ihr die Sachen erklärt habe. Die kommen mit den normalen Acrylfarben besser klar. Ja, das kommt halt auf das Modell drauf an. Zitadell ist auch eine sehr gute Grundierung. Ja, das stimmt. Weil die nicht flockt oder so. Das ist sehr sehr praktisch. Ja, das stimmt. Zitadell ist ja super. Und AK hat auch super Farben, ja. Aber ich sage immer Farben sind so eine Sache, da muss ja jeder selber entscheiden. Ja. Genau. Wie er damit klarkommt mit den einzelnen Farben. Das ist ja immer so ein Gefühlsding, sag ich mal. Wenn ich Weiß grundiere, weiß grundiere ich eigentlich nur bei Figuren, die sowieso hell sind. Weißt du? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Fee hast. Eine Fee, die machst du ja nicht schwarz und machst dann hier so wie bei dem Dämon hier. Weil hier siehst du das glaube ich ganz gut. Warte. Siehst du hier dieses Schwarze. Dieses Dunkle. Und dann diese Farbverläufe hier. Dass der Bauch heller ist und so. Das ist alles nur durch die Grundierung. Weil die Farbe durch die Nasspalette recht flüssig war. Dadurch deckt die natürlich ein bisschen weniger. Und dann hast du halt diese Farbverläufe, die eigentlich immer sehr sehr natürlich aussehen. Den habe ich zum Beispiel grund. Hätte ich den Weiß gemacht, wäre er ja knallorange. Schwarz macht die Farben ja ein bisschen dunkler. Und Weiß macht die halt ein bisschen heller. So. Aber eine Fee. So eine gute Fee. Die würde ich zum Beispiel hell grundieren. Und dann hinterher mit Washes und sowas arbeiten. War ja klar. Mit dem Gespräch. Ich komme nochmal wieder. Ja genau. Das ist ja wie ich sagte hier. Den habe ich ja schwarz und dann hier genebelt. Das siehst du hier an dem Weißen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt von der Kamera. Ich habe den schon zu sehr bemalt. Habe ich hier irgendwas fertiges? Ne. 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 Aber du kannst nebeln oder halt trocken bürsten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen, der ist schon fertig getrocken bürstet. Nein, den habe ich auch schwarz gemacht und dann halt mit Weiß so trocken gebürstet. Vorsichtig mit dem Schminkpinsel. Damit halt die Falten und so besser rauskommen. Ne. Das sieht dann hinterher ungefähr so aus. Warte, an dem erkennt man das so blöd, weil der so dunkel ist. Hier. Der ist auch trocken gebürstet und danach bemalt. Na manchen sieht man es halt sehr schön. Ne. Weniger ist mehr. Lieber zweimal drüber gehen, als einmal zu dick. Ich kann dir das sogar zeigen, was passiert, wenn die Farben zu dick sind. Ich habe noch ein Modell, wo mir das passiert ist. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, 14, 15. Warte mal, komme ich da jetzt dran? Ja, ich komme sogar an das Modell dran. Was noch? Was noch sitzt. Was noch hat ja das mehr. Ich kann mich noch an die Farben. Töcke mal an. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Das ist Das ist noch ein ganz altes Modell Und da erkennst du halt kaum noch die Details im Gesicht und so Ich weiß nicht, ob das jetzt hier rüberkommt Das ist aus der ersten Necromunda-Box Von Bohrheimer Die ganz erste Damals Das sind Orloks Und ich bin schon am überlegen, wie ich die jetzt wieder Wieder die Farbe wegkriege Weil die einfach zu dick war Ich war halt jung Wusste nicht, was ich tue und so Äh, ja, die Figur war tatsächlich noch aus Medall, ja Die war aus Medall Die in der Box waren Plastik Und die, die du nachgekauft hast, war Medall Äh, die sind, sind Medall Und das ist ja auch noch die Version, wo es noch diese Redskins oder wie die hießen Diese, diese Äh, Makropolen-Indianer In Anführungsstrichen Ureinwohner Ja, okay Jetzt muss ich mir nur noch ein Ultraschallbart kaufen Aber das wäre noch eine Idee, da hast du recht, ja Ja, ich habe die Box vorgestern mal irgendwann wieder in den Finger gekriegt Und habe mir gedacht, eigentlich könntest du das mal wieder spielen Weil gerade das alte war halt relativ cool Das alte, äh, Necromunda Das neue soll jetzt wohl nicht so prickelnd sein Das habe ich selber noch nicht Noch nicht gespielt Aber, äh Muss ich mir auch mal angucken Weil ich persönlich mag mittlerweile Diese, diese Skirmisher mehr Skirmisher oder, oder hier Äh, Dungeon Crawler und so So was spielen wir hier ganz gerne So Zombicide und so Oder halt One-Page-Rules Ganz mal große Schlachten sein sollen Aber halt, äh Warhammer sind wir tatsächlich fast alle weg Ich habe früher mit Warhammer Fantasy Damals noch angefangen Das hatten sie dann eingestellt Und dann habe ich, äh Habe ich auch zu Warhammer 40k gewechselt Dann haben die auf einmal das Buch umgestellt Und die, die Regeln und alles Und jetzt kann ich meine ganzen Armeen nicht mehr benutzen Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht es Ich gebe da nicht nochmal irgendwie, keine Ahnung 2.000, 3.000 Euro für Modelle aus Über die Jahre Und dann bin ich halt zu One-Page-Rules und so gekommen Ja gut und Blood Bowl, Blood Bowl spiele ich noch Und Blitz Bowl und Dungeon Bowl und so Also diese ganzen kleineren Systeme von Warhammer Die spiele ich noch Äh, von Warhammer sag ich schon, von Games Workshop Die spiele ich tatsächlich noch Aber wie gesagt, da kaufst du dir eine Box für 40 Euro Und hast deine Mannschaft fertig, ne? Vielleicht 60, wenn du noch ein spezielles Charaktermodell oder so haben möchtest Echt? Mit Isopropanol? Ehrlich? Cool, da muss ich auch mal drauf ab Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo was finde Was ist denn mein Airbrush-Szener? Wo ist der? Ist aber ein E-Book-Programm hier, oder? Ne Okay Hätte ja sein können Ich weiß zwar nicht, ob du dir jetzt Links schicken kannst hier rein Aber jo, gerne Also ich seh den Link auf jeden Fall Dank dir Schöne Vielen Dank. Oh, die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Ja, sehe ich es, danke dir, gucke ich nachher. Oh, die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Oh, die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Ja, bei den Metallfiguren. Ich wäre wahrscheinlich nicht der Einzige und ich wäre auch nicht der Letzte. Die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Aber hier steckt noch Arbeit drin. Die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Und an Hörnern und Knochen. Ah ne, Quatsch, der schlaft ja noch. Die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Die Zähne sind immer schlimmer als die Augen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na ja, solange du nicht auf Turniere gehst, wirst du dafür glaube ich auch nicht angemault. Achso. Ja, Gosse gibt es ja nicht mehr. Also nicht mehr von Bäumer. Wobei ich da auch irgendwo noch Dateien von habe. Ich drucken. Hm. 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 Das ist ja auch dieses Bleed. Und das ist auch ein ähnliches System. Das ist ja auch dieses Bleed. Gibt allerdings momentan dabei nur 6 Floppen. Aber da haben sie jetzt vor, für jede Rasse, die du bei One Page Rules spiegeln kannst, eine eigene Flotte zu machen. Aber es dauert natürlich noch. Das ist ja auch dieses Bleed. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück und die machen wieder Gossip, legen es wieder neu auf. Würde mich auch nicht wundern. Weil ich habe das Gefühl, dass das mit dem Volume of Fantasy, dass das quasi so eine Art Testlauf ist. Das habe ich nie gespielt, tatsächlich. Dass es so eine Art Testlauf ist, um zu gucken, ob du die älteren, in Anführungsstrichen, also die, die früher die Sachen gespielt haben, ob du sie zurückkriegst, weißt du? Bei den Orxen. Die ich genannt habe, du meinst One-Page-Rules. Bei One-Page-Rules musst du aufpassen. Die haben auch einen Shop, wo du die Figuren bestellen kannst. Aber du musst gucken, auf der One-Page-Rules-Seite musst du wirklich nachlesen, ob das STL-Dateien für einen 3D-Drucker sind oder ob das die Figuren selber sind. Das war's! Ich meine, klar, wenn du jemanden hast, der dir die ausdrucken kann, ist das natürlich auch super. Auf Etsy. Ja, genau. Da verkaufen die auch ihre Sachen, ja. Da sind die One-Page-Schules-Modelle, ja. Und die selber haben ja auch ein Abo-Modell für Leute, die einen 3D-Drucker haben. Das habe ich zufällig, das Abo-Modell. Da kriegst du halt die Dateien. Also du kannst dir deine Armeen selber drucken und deine Figuren. Ist auch ein sehr schönes zu. Nein, ich habe hier auch so einen Weißfimmel. Ich weiß. Bisschen Spieß, nicht mehr. Das Witzige ist halt, bei Warhammer gibst du immer mehr Geld aus. Also bei Warhammer ja auch sehr häufig und sehr gerne die Regeln ändern, also bei den Hauptsystemen, bei Warhammer, 40K und 8 of 6 und so. Dann funktionierte da in der Armee noch und dann bei der Regeländerung auf einmal nicht mehr und so. Also das machen die halt bei Edge of Sigma, Warhammer und Warhammer Fantasy manchmal ganz gerne. Damit ihre Turnierspieler zufrieden sind. Wo sie das halt nicht so krass machen, ist halt zum Beispiel bei Blood Bowl und so. Da machen die das Gott sei Dank nicht. Beziehungsweise da ist es nicht so schlimm. Wenn du halt auf Termine gehst, musst du die aktuellen Regeln können. Aber wenn du zuhause spielst, kannst du ja auch nach Ferien Regeln spielen, die dir am liebsten sind. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich glaube früher war das alle fünf Jahre oder sogar ein bisschen länger. Aber die Dinger werden ja auch immer kürzer, diese Release Sachen. Und dann zahlst du wieder 50 Euro für ein Regelwerk, weißt du. Und wie gesagt, das ist halt meiner Meinung nach einfach nur wegen den Turnierspielern. Was ja auch in Ordnung ist, meine Güte, sollen sie ihre Turniere spielen und pipapo. Aber es ist halt blöd für Bier und Brezelspieler, die einfach nur einen schönen Abend haben wollen. Aber mal fragen, ob der liebe Poli das Buch noch kennt. Weil das kommt immer noch dazu, du musst für jede Armee ja noch einen Kodex kaufen. Das Regelwerk, 50 Euro Kodex, 30 Euro oder so. Und die sind ja mittlerweile dünner. Ich habe hier ja wirklich noch noch hier Geschichte und so drin. In den alten. Und die guten Zeichnungen, die schönen Zeichnungen noch. Aber ich glaube der Male ist tot. Und dann war es auf einmal. Kann ich hier ganz schön zeigen. Das war früher der Dark Eldar Codex. So dick. Danach habe ich meine Armee aufgebaut. 2000 Punkte. Wisst ihr, was da an Geld drin ist? Alles drin. Geschichte, Bildchen etc. Alles schön. Ein paar Bilder, die bemalt sind. Welche Kabalen und 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 und. Und hier. Ja, habe ich alles. Schacken, Schattenbarken. Ich habe sogar hier äh. Häuser. Jetbikes und so. Ich habe diesen ganzen Kleideradatsch. Die sind unzusammen gebaut. Zeitweise noch nicht mal das eingeschweißte ab von den Boxen. Von denen. Ja. Äh. Weil. Nachdem ich die Armee fertig hatte. Also mir zusammen gekauft habe. Hatte. Und zu Weihnachten, Geburtstagen und so alles gekriegt hatte. Habe ich gesagt, so jetzt ist sie fertig. Jetzt habe ich den Codex. So meine Org-Armee ist auch fertig bemalt. Jetzt fange ich mit Dark Eldar an zu bemalen. Ja. Und dann. Oh. Es kommt ein neues, äh. Neues Regelwerk raus. Ja gut. Gibt es wieder mal 50 Euro aus. Alles schön. Alles gut. So. Und dann kommt natürlich auch noch ein neuer Codex raus. Das war dann der neue Codex. So. Ne. Alles schön. Alles toll. Aber das war es dann. Für dasselbe Geld wie der Dicke. Kaum. Also weniger Geschichten, weniger Bilder. Joa. Und danach habe ich dann auch noch ein paar Mal. gar nicht mehr weitergemacht. Ich habe dann ein, zwei Mal noch gespielt. Mit den Orxen. Das ist das Neue, was jetzt kommt. Ich weiß, dass mein Bruder eine Sache abonniert hat. Aber das läuft jetzt auch schon irgendwie fast ein Jahr oder zwei sogar. Irgendwas mit Space Marines und... Boah, waren das Tyraniden oder was? Das hatte der von Hachet. Ne, aber was ich halt sagen wollte. Das ist halt das Doofe jetzt da dran. An Warhammer. Oder Warhammer 40k. Klar, du kannst sagen, ich spiele 9. Edition. Alles schön. So. Aber dann gehst du in irgendeinen Laden oder triffst mal einen neuen und der kennt die 9. Edition nicht, weil er nachher 11. spielt oder so. Und... Ne, oder sagt der, ne, die Bases, die müssen nicht mehr 32mm sein. Die müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich... 35 sein. Ja? Dann fängst du an, deine Modelle vorsichtig die Bases von Bases abzumachen und wieder draufzukleben auf den größeren. Und sowas. Okay. Wie gesagt, ne, ich disse da Warhammer nicht oder Games Workshop nicht. Die haben mich zum Hobby gebracht. Alles schön mit Warhammer Fantasy damals. Aber mittlerweile gibt es halt andere Konzepte, was Tabletop angeht, die ich besser finde. Na, wenn du überlegst, das neue Regelwerk hat, glaube ich, 600 Seiten? 600 Seiten! Manchmal finde ich es weniger mehr. Ja, und guck dir ruhig da auch vorher, bevor dir das Geld ohne Ende ausgibt, ruhig andere Systeme an, wenn die andere Systeme haben, ne? Also bei uns zum Beispiel würdest du eher One-Page-Rules gezeigt bekommen oder halt auch, unser Verein hat einen Tabletop, haben dann zwei Stücke einen Tabletop geschrieben, ein eigenes, wo du halt einfach alle Figuren nehmen kannst. Das kommt ja auch immer drauf an, ne? Oder auch wie die Einstellung von den Jungs ist zu den Regeln und Modellen und so. Wenn die sagen, ach, brauchst nicht unbedingt das Modell oder kannst auch andere Modelle nehmen, die cool aussehen. Ja, dann ist alles fein. Ja, genau, das ist das Tabletop-Spiel zu Game of Thrones, ja. Das soll auch sehr, sehr cool sein. Aber das habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Hast du das gespielt? Kannst du sagen? Ist das gut? Schlecht? Verständlich? Nicht verständlich? Ich finde die Modelle so cool. Genauso wie bei Herr der Ringe im Tabletop, da will ich unbedingt noch die Roh-Hiering. So eine Truppe fürs egal haben. Schwierig auch nicht, aber ich finde die Modelle ganz cool. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Dieses hier passt das zeitlich leider nicht. Obwohl ich eine halbe Stunde Autofahrt weg wohne. Aber nächstes Jahr werde ich gucken, dass ich da Blitzbowl oder Bloodbowl vorstelle. Dass Leute sich das angucken können. Dafür baue ich halt die große Platte in Anführungsstrichen. Aber ich denke, das wird eher Blitzball bleiben. Weil das halt einfacher zu erklären ist für die Leute. Als die komplexen Regeln von Bloodbowl. Daher kann man ja mal kochen. Oh! Komm her! Musik Ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man da, ob wir da sowas noch machen, irgendwie mit live bemalen oder so. Da hätte ich auch Bock drauf. Na, mal gucken, wie die drauf ist dann ein bisschen. Bis nächstes Jahr. Musik Ich meine, du hast natürlich wie in jedem Hobby manchmal auch welche dabei, die mh sind, aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich immer nur, und ich mache das Hobby jetzt ja seit, keine Ahnung, fast 30 Jahren oder so, kann ich eigentlich nur sagen, bis jetzt habe ich nur eine Person, ja, eine Person kennengelernt, mit der ich zwar so klar kam und quatschen konnte und alles, wir hatten aber irgendwann rausgekriegt, dass wir nicht gegeneinander spielen, weil ich halt aus Spaß spiele, er das sehr ernst nimmt und das Problem ist, er konnte, also, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, aber damals konnte er nicht gut verlieren. Und dann flogen die ja manchmal da deine Figuren über den Tisch und so und da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's, wir können uns unterhalten, wir können fachsimpeln, alles gut, spielen tue ich mit dir nicht mehr, meine Figuren sind mir da ein bisschen zu teuer für und vor allem, wahnsinnig normal. Aber wie gesagt, sonst war das ein ganz netter. Ja, richtig, ne, das ist halt so. Klar, du hast immer mal jemanden, der sagt, scheiße, jetzt verloren und hier und da und dann sagt der vielleicht auch gerne so immer, ich geh jetzt raus, mir eine rauchen, lass mich mal fünf Minuten in Ruhe, ich bin da nicht so gut drin im Folieren. Alles gut, meine Fresse, ja, wenn er selber weiß, geil. Den lässt du dann fünf Minuten in Ruhe, meistens sind das dann die Leute, mit denen du am besten klarkommst hinterher, wenn du es weißt. Aber wie gesagt, der war halt speziell. Wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen oder so, der war echt ein ganz lieben. Du konntest dich immer auf dir verlassen, wenn irgendwas war oder so. Dankeschön für dein Domain. Dankeschön. Das habe ich aber jetzt sogar gehört, oder? Da war doch irgendwas im Hintergrund gerade. Danke dir. Aber ich meine, da hätte ich jetzt was im Hintergrund gehört. Kann das sein, dass einfach die Alarme zu leise gestellt sind? Das sollte ich vielleicht mal ändern. Ich könnte natürlich auch einfach mal Samstag gucken, ob ich ein anderes Modell bemale von Grund auf. Aber abgesehen vom Grundieren natürlich, weil da wie ich von aussieht, jeder kann eine Spühldose benutzen. Oh, ich habe noch eine Dreadball Mannschaft, die ich komplett neu machen wollte. Siehste, kann ich doch direkt machen. Dann mache ich das Samstag. Wirklich so von Grund auf. Das ist doch eine Idee, oder? Müsste auch wieder um 12 Uhr sein. Warte, ich gucke gleich. Wenn ich mich nicht komplett vertue. Ja. Genau, um 12 Uhr. Ach Mist, ich hatte die falsche Hautfarbe genommen. Ich wundere mich, warum das nicht so hell ist, wie ich dachte. Jaja, Konzentration ebenso. Das war nämlich das Barbarian Flash. Das wollte ich doch gar nicht haben. Shit. Ja. Ja. Da ist das, was ich haben will. Und da ist das. Ja, Marines und sowas sind immer gut zum Reinkommen und so. Da gebe ich dir definitiv recht. Ich brauche mir jetzt noch eine und dann mache ich aber auch Feierabend. Ich muss nämlich jetzt gleich nochmal runter in den Laden und noch Currysauce vorbereiten. und jetzt habe ich hier gerade eine gute Stelle, wo ich aufhören kann. in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Ja. 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 du gar kein problem dafür ist das ja gedacht eigentlich so streams du kannst aber auch gerne bei youtube mal reingucken vielleicht hilft es dir ja da auch oder vielleicht hilft es mir wenn jemand mir mal sagt ob das gut ist oder nicht was ich dafür kram verzapfe weil bei youtube versuche ich immer einmal in der woche was hochzuladen immer freitags meistens auch knack da habe ich glaube ich auch ein video von wegen grundieren und trockenbörsen trockenbörsen habe ich eins genau flammen hat malen habe ich auch eins ja dann habe ich noch ein paar 23 sachen ist alles ein bisschen durcheinander da aber vielleicht ist das ja was für dich werde ich auch nicht kann auch sein aber wie gesagt samstag bin ich auf jeden fall wieder ab 12 12 wieder hier drin schön live und so ich habe sogar noch ich habe sogar noch marines die nicht bemalt sind ich habe sogar noch space marines die nicht bemalt sind sie sind nur grundiert ja ja zum beispiel beim flammenbemal video habe ich das hätte hier auch flammen hier am schädel da habe ich zum beispiel auch erklärt von wegen warum ich das untere weiß lasse und dann nach oben hin immer dunkler werde also vom weißen ganz helles gelb dann ein helles orange und so und das dann verwasche und so und warum oben die flammen zum beispiel fast schwarz sind ja und so ja wie gesagt mit youtube habe ich gerade erst angefangen ich habe erst 100 videos oben oder so alles mögliche hauptsächlich mal videos sind das und da kommt es ja auch immer darauf an was für ein stil man haben möchte ne gibt ja auch immer verschiedene stile hier es gibt so ein mal wie heißt das herr joker den lasse ich gerne nebenbei auch laufen der erklärt gar nichts in seinen videos was macht einfach tierisch spaß dabei zuzugucken der bemalt die miniaturen aber mehr so comic mäßig während ich ja hier weiß ich nicht mehr so ein bisschen auf auf so realismus gehe oder so nee das vergesse ich nicht das kann ich nachher noch im chat noch mal nachgucken die links tatsächlich und wie gesagt auf dem discord kannst du ruhig auch mal reinschreiben in fragen hast oder so da sind auch welche die können richtig gut malen der radio zum beispiel der ist richtig gut und der dingens auch sebi sebastian heißt er glaube ich oder sebi es oder seba es oder so der ist auch ganz gut ja ja mache ich auf jeden fall da gucke ich auf jeden fall auch ein türlich start was denkst du denn von mir so ihr lieben aber ich wünsche euch jetzt was ich muss jetzt kochen gehen sonst haben die leute heute abend keine currywurst pommes das ist schlecht habe ich gehört gut dann bis spätestens samstag ihr lieben okay vielleicht kenne ich den sogar schon joo bis samstag dir auch einen schönen tag und nicht zu viele schmerztabletten nehmen mein lieber so tschüss zusammen